Hallo, mein Name ist Jens Lehmann und ich unterstütze Holger Gasse, weil ich ihn seit vielen Jahren als engagierten Menschen, der sich für Leipzig einsetzt, kennt. Ich bin jahrelang sein Banknachbar im Stadtrat gewesen. Dort hat er auch eine sehr gute Arbeit gemacht. Jetzt im Landtag, speziell im Thema Schulen, hat er auch für Leipzig große Dinge erreicht. Und ich kann nur allen werben, unterstütze die Holger Gasse und wähle sie am 1. September mit der Erststimme Holger Gasse und der Zweitstimme die CDU. Untertitelung des ZDF, 2020